Entschuldigung, dass ich mich hier im Dunkeln melde. Die Kamera sagt schon Bescheid, dass wir zu schnell sind. Aber wir wollen jetzt hier los, das Docks und Tue machen. Ab in den Baumarkt. Ich weiß, unfair jetzt im Dunkeln. Aber anschnallen muss sein. Ich habe übrigens jetzt mal hier die Lampe von der Kamera angemacht. Und wir nehmen jetzt hier nochmal so ein Kräuterli, so ein Kräuterbonbon. Und so ein halbherziges Unboxing jetzt. Gute Kräuterbonbons vom Aldi. Ja, Bonbon ist drinne. Ähm, Bauhaus steht an. Sind wir das letzte Mal gewesen? Nächster Bauhaus hier. Fenster zu. Rein in die gute Stube. Rein in die gute Stube. Ich habe mal eben eine Frage. Ja. Und zwar suche ich so Tacker und sowas. Tacker-Nadeln. Ja, ganze Tacker sogar. Also nicht nur die Tacker-Nadeln. Dann gehen wir wieder zurück. Und zwar den Kräutergang rein und dann die erste Regaleinheit. Alles klar, danke. Gerne. So, hier vorne die erste Regaleinheit. Üpt, 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 üpt. Und mal gucken. Kräuter, Kräuter. Tacker, 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 tacker. Und dann hier ganz vorne. Wo sind wir denn hier? Nein, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Und zwar Tacker hier. Ja, hier kommen wir der Sache ja schon irgendwie näher. Hier ist ein Tacker hier. Ja, und zu unserem Tacker brauchen wir natürlich noch ein paar Nadeln. Das sind dann 4 bis 10 Millimeter. Und die hängen direkt da drunter. Und dann nehmen wir uns auch direkt die jetzt hier direkt mal mit. Und die kommen jetzt zurück. Denn wisst ihr was? Ich habe gesehen, dass es hier unten noch dieselben Nadeln in so einer Vorratspackung in 5000er-Pack gibt. Die werden wir uns einmal mitnehmen. So, wir brauchen noch ein bisschen was an Lampen irgendwie. Und zwar so eine kleine Halogenlampe. LED ist ja Blödsinn. Muss ein bisschen heller sein. Und das, was ich dafür brauche, die LEDs dafür, die sind der absolute Blödsinn. Wir holen uns nochmal richtige Lampen, bevor die Lampen jetzt alle weg sind. Ich habe da eben mal eine Frage. Und zwar LED-Lampenmäßig. Und zwar keine LED-Lampe, sondern diese alten Lampen. Das ist hier noch fern im Rot. Das ist die aus der Elektroplatte. So, wir testen jetzt einmal schnell hier die Lampen. Die sollen das aber sein. Die guten alten Osram-Bieren. Einmal sehen, ob sie geht. Sie geht wunderbar. Die kaufen wir. So, wir müssen die junge Dame nochmal irgendwie ganz kurz einmal nerven. Und zwar wollen wir den Wäscher ja irgendwie haben und suchen. Es gab keine Infos wegen dem Wäschern. Wir müssen jetzt den Wäscher selber suchen. Aber wir haben die Info bekommen, irgendwie 33, 34, irgendwie soll der Wäscher wohl rumliegen. Wir sind jetzt hier gleich bei Gang 31. So, also hier irgendwie, ja, da sind wir ja schon. Hier so ein Schrubberkram, irgendwie was. Ja, wir gucken uns das Ganze hier mit den Schrubbern und Feudel und Blabla-Keks nochmal an. Der Gewünschte ist nicht dabei. Und es ist auch lediglich hier diese Abteilung. Dieses Eckchen, was da irgendwie mit Schrubber und mit Bürsten und mit Stiel und irgendwie was verbunden ist. Es ist nicht das gesuchte Bike. Ich zeige euch das gleich mal. Das habe ich noch im Auto nämlich mit. Zeige ich euch gleich. Wir müssen jetzt erstmal die Sachen bezahlen und raus hier und abgehen und weitergehen. Zack, danke. Gekauft. So ein Hättchen, der hat mich noch mit. So hier. Taschen sind voll. Zeitung ist dabei. Und jetzt gucken wir uns gleich noch erstmal den Schrubber an. Alles eingepackt. Wir wollen jetzt wieder raus. Den Schrubber hier haben wir gesucht. Sowas in der Art gab es leider nicht. Schöne Sache fürs Auto. Kann man von innen und von außen schnell mal die Scheiben wischen. Wenn es dann ein bisschen kühler, kalt und die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist im Auto. Sollte man dabei haben. Weiter geht's. Ab geht's. Weiter geht's. Auto glaube ich. Oder kommt da noch was? Anschnalle meine Freunde. Ja, ich habe hier gerade eben was verkackt. Ich habe ja gedacht, dass ich ein paar Aufnahmen jetzt noch gemacht habe. Zum Ende, wie wir da irgendwie rausgekommen sind aus dem Bauhaus. Aber der hat die ganze Zeit aufgenommen. Und als ich dachte, ich nehme auf, habe ich Pause gedrückt. Also ihr konntet das leider jetzt nicht sehen. Aber es war mal wieder herrlich. Home sweet home. Sollte man dann ein paar Mal ein paar Mal. 換 das doch mal. Bauch. Ja. melodies. Anzieh. 것도вер